Es ist tatsächlich vollbracht. Der DAX auf dem Tiefpunkt, zumindest mal in diesem Jahr, wir haben das Sommertief durchstoßen. Wir sehen das hier wunderschön auf Tagesebene. Wir hatten unsere sommerlichen Tiefs, die ja noch eine gewisse Unterstützung darstellten. Die haben wir heute erreicht und nicht nur das, wir sind sogar unten durch und haben ein bisschen unterschossen. Das war durchaus nachvollziehbar. Wir hatten ja schon gesagt, dass wenn das Szenario, was wir uns in den amerikanischen Indizes angeguckt haben, wenn das die Short-Seite tatsächlich triggert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Marke nochmal sehen, sehr, sehr groß. Beim DAX haben wir sie tatsächlich jetzt schon erreicht und wir haben sie unterschossen. Das Unterschießen ist gar nicht so typisch. Wir wissen, dass der Markt gerne mal einen Ausbruch wagt, in dem Fall einen Bruch unter die Unterstützung. Viele sagen immer, ja, da prallt der ab. Na, sehen wir mal. So richtig hat es bisher nicht gegolten. Und mein Tipp generell ist, verlasst euch nicht, dass da wirklich ein Abpraller passiert. Hier wird jetzt genau geguckt, was der Kurs macht. Also in diesem Umfeld, ein bisschen drüber hätte sein können, ein bisschen drunter, irgendwo in dem Umfeld wird jetzt geguckt, fängt er sich nochmal oder fängt er sich nicht. Je mehr wir hier unten durchgehen, desto geringer ist die Chance, dass der Kurs sich tatsächlich ernsthaft fängt. Umso ernsthafter wird die Situation mit Hinblick auf die Bären. Na gut, soweit eigentlich nichts Neues. Das haben wir vor ein paar Tagen schon, hat sich das angedeutet. Wir haben gesagt, damit müssen wir halt rechnen. Jetzt die Frage, dreht der Kurs? Gucken wir dazu nicht den Index an. Der hat nämlich jetzt schon Feierabend. Na, fast noch nicht ganz Feierabend, aber wir sind ja in den letzten Zügen jetzt vor dem Wochenende. Gucken wir uns den FDAX an. Das ist der Future da drauf, also eher das Handelsinstrument. Ich habe bewusst die alte Zeichnung nochmal drin gelassen. Hier seht ihr, hätte er diese Marke hier durchstoßen, hätte ich ja sogar noch eine Long-Situation gemocht. Aber es bot sich nicht mal an. Also er hat nicht mal näherungsweise versucht, diesen Angriff da zu starten. Das heißt, die Long-Seite wollte der Markt einfach nicht haben. Das ist ein ganz gutes Zeichen, wenn auch jetzt eigentlich ein schlechteres. Und wenn wir dann dreiwellige Bewegungen haben, die sich durchstoßen lassen, dann ist das sehr, sehr häufig ein Zeichen für, da geht noch mehr in die entsprechende Richtung. Also ihr seht, die Abwärtsseite, die ist dann noch ganz tapfer mit dabei. Eine gewisse Chance gibt es jetzt heute nochmal vor dem Wochenende, nachdem es so weit runtergekommen ist. Denn im 5-Minuten-Chart, ihr seht das seit heute Mittag, haben wir erstmal angehalten mit der Abwärtsseite. Und für die Intraday-Freunde unter euch, zumindest das sieht überlappungsfrei 5-wellig nach oben aus, bekommen wir jetzt hier einen 3-Weller in diese Richtung und triggert der Markt nachher diese Marke, wer ich sogar ganz guten Mut ist, dass wir ein bisschen nach oben kommen. Ein bisschen ist allerdings das Stichwort. Das, was ich hier gezeichnet habe, ist eine super Gelegenheit, um zu traden grundsätzlich. Wie gesagt, dann muss er aber nachher auch das triggern, also einmal noch runter, damit wir diese 3-welligkeit hier bekommen. Anschließend dieses Zwischenhoch triggern. Das wäre hervorragend, aber an der Stelle lässt sich dann nicht erkennen, ja, dann sehen wir doch die 20.000. Das ist natürlich grober Unfug. Es ist eher so, dass dann klassischerweise die Dynamik, die wir vorne haben, sich hinten erst nochmal fortsetzt. Und dann wird entschieden, wenn wir diese Mindestziele erreichen, ob der Kurs dann ernsthaft meint, er kann sie nach oben durchsetzen, oder ob das nicht im Rahmen einer typischen Korrektur an der Stelle wieder dreht. Aber für dieses Teilstück hätten wir dann auf jeden Fall eine ganz gute Bestätigung und dann hätte man die Möglichkeit, immerhin schon mal 150 Punkte oder wie viel das auch dann immer sein mögen, da auf der Gewinnseite mitzunehmen und den Stop gegebenenfalls nachzuziehen. In der hoffnungsvollen Erwartung, dass es vielleicht sogar sich nochmal fängt, denn der Markt liebt sowas wie falsche Ausbrüche. Ihr seht das immer wieder. Altes Tief durchstoßen, erstmal umdrehen. Altes Hoch durchstoßen, erstmal umdrehen. Auch hier Altes Hoch erstmal durchstoßen, dann vorläufig umdrehen. Also das ist gar nicht so untypisch. Das werdet ihr in vielen, vielen Situationen haben. Es ist allerdings nicht immer so, deshalb bitte nicht davon ausgehen, ja, ja, der Markt muss ja jetzt nach oben gehen. Hier war nichts mit großartig durchstoßen und umdrehen. Das war durchstoßen und ganz tapfer weiterfallen. Das ist der Grund, warum an diesen Stellen geguckt werden muss und nicht einfach, ich nehme mal an. Ja, also das ist der Hintergedanke. Das heißt, im Umfeld dieser Unterstützung, die wir jetzt nun haben, werden die nächsten vielen Stunden relevant sein, ob der Markt sich davon dynamisch nach oben trennt und wackelig nach unten pausiert oder dreiwillig nach unten pausiert. Das wäre ein gutes Zeichen und würde einmal mehr dafür sprechen, dass wir uns zumindest mal vorläufig von dieser Seite lösen können. Manche werden da vielleicht in dem Zusammenhang noch so halbwegs den Trennkanal hier so im Auge behalten. Ich bin da gar nicht so ein Riesenfreund davon. Naja, aber auch das würde ja zumindest das, was wir vorne haben, hinten nochmal erlauben. Also ihr seht, da beißt die eine technische Variante der anderen nicht irgendwie, naja, den Faden ab, hätte ich fast gesagt. Also das erlaubt das Ganze schon. Also gute Chancen, dass der Kurs doch nochmal eine Chance nach oben hat, zumindest mal vorläufig. Bitte nicht gleich hyperventilieren. Alles wieder gut, der Kurs dreht. Das sind möglicherweise nur einfach kleine Antworten hier in dieser Aufwärtsbewegung. Deshalb ist es ganz entscheidend zu gucken, sind wir hier wackelig auf dem Weg nach oben, dreiwellig und durchstoßen wir nach unten. Ja, dann ganz schnell weiter auf die Shortseite, denn die Ziele nach unten sind unter Umständen noch ein gutes Stück tiefer. Ihr erinnert euch an meine 8000er, an mein 8000er Video. Das Szenario ist ja nach wie vor da. Viele haben gesagt, ja, wo bleibt es denn? Denn, naja gut, Timing ist so eine Sache, wie lange so eine Pause hier zwischendrin dauert, das ist immer offen. Auch die kann sogar nochmal eins weitergehen. Aber das 8000er Szenario würde dann, wenn wir hier jetzt wackelig nur hochkommen, sehr viel realistischer sogar schon direkt in diese Richtung weisen. Ja, wie sieht es denn bei den Amerikanern aus? Die Amerikaner sind, was das angeht, durchaus ähnlich. Und letztendlich, auch hier ist die Tiefmarke aus dem Sommer ein Thema, die haben wir beim Dow Jones Future, wir sehen das, so gut wie erreicht. Das zeichnete sich ja ab. Wir hatten das ja im Umfeld hier dieser Fett-Zinsentscheidung. Da haben wir gesagt, naja, wenn er hier durchfällt, ist das bullische Bild kaputt. Das sagt zwar nicht jetzt genau, wie weit das fällt, aber wenn das fällt, ja, dann fällt diese Marke, wenn diese Marke fällt, fällt diese Marke und wenn diese Marke fällt, dann ist diese hier relevant. Und das ist das nächste Thema mit der gleichen Idee, wie wir es beim DAX haben. Hier jetzt müssen wir ganz genau hingucken, in diesem Umfeld quasi ab sofort, was der Markt jetzt hier macht, ob er Schübe nach oben entwickelt und korrektiv nach unten geht, dann wäre ich vorläufig nicht auf der Short-Seite, oder ob er maximal wackelig oder dreiwellig nach oben kommt. Dreiwellig für die, die es nicht wissen, immer wenn ihr so, dann machen wir es gleich richtig hier, wenn ihr so eine Bewegung habt, wo ihr sagt, 1, 2, 3, naja, gut, das ist so dieses klassische A, B, C Verhaltensmuster. Wenn ihr sowas in der Richtung habt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die andere Alternative ist es immer dann, wenn es mit Kursüberschneidung einhergeht, also wenn die Korrekturen, die ihr hier in der Aufwärtsbewegung habt, überlappend sind, dann ist das ebenfalls ein Zeichen, dass das die falsche Richtung ist. Dementsprechend, wenn wir jetzt hier in diesem Umfeld als nächstes dreiwellig nach oben gehen, wieder nach unten triggern, oder wenn wir alternativ hier wackelig nach oben kommen, dann sind das Zeichen dafür, dass die Aufwärtsseite weiterhin schwach ist. Naja gut, wenn bei so einer starken Abwärtsbewegung, hier diese Abwärtsbewegung, die Aufwärtsseite nur schwach ist, was ist eure Erwartung, was der Kurs als nächstes wohl tut? Naja, sich wahrscheinlich dann doch weiter nach unten fortsetzen. Ich bin sofort im bullischen Lager, wenn der Kurs jetzt hier sowas zaubert, das alleine reicht mir allerdings noch nicht, dann in der Folge wackelig eben nach unten, also schwache Seite oder eben dreiwellig hier nach unten. Diese Marke triggert, dann haben wir zumindest das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal zu erwarten, mit Chancen auf mehr, vielleicht auch nicht, aber wenn wir das erreichen, kann man entweder Gewinne mitnehmen, oder man zieht den Stop dann eben entsprechend auf dem Einstieg nach und sagt sich, oder vielleicht sogar ein bisschen ins Plus nach, und kann dann eventuell sagen, wenn es weiterläuft, super, dann verdiene ich richtig viel, weil ich bin sehr weit unten eingestiegen. Wenn er dann doch dreht, naja, dann Plus-Minus-Null-Trade oder kleiner Gewinn, sogenannter Döner-Trade, also einmal Döner essen reicht dann vielleicht, hängt natürlich von eurer Positionsgröße ab, aber ihr wisst, was ich meine, das ist dann nicht jetzt richtig der Burner, aber zumindest mal hatte man die Chance genutzt. Also bitte tut euch das nicht an und sagt, geil, Unterstützung, ich gehe jetzt mal pauschal long. Wer so tickt, der muss eventuell leidensfähig sein, denn diese Unterschreitungen können mitunter doch ganz schön weit noch laufen, also wer jetzt hier sagt, das sind hier Unterstützungen, da konnte es dann locker nochmal 1000 oder 1500 Punkte tiefer gehen unter diesen Unterstützungen, also seid da nicht zu schnell mit dabei, im Sinne von, naja, kann ja gar nicht falsch laufen. Der S&P, da ist noch eine Unterstützung weiter oben, theoretisch hat er das Sommertief noch nicht ganz erreicht, das steht ihm noch bevor, allerdings halte ich es für gar nicht so abwegig, dass wir das auch hier sehen, aber auch hier gilt grundsätzlich, wir kommen in den langsamen, in diesen Entscheidungsbereich, zählt diese Marke oder nicht, achtet hier da drauf, wie die Gegenwehr ist, ich denke mal, es ist ziemlich einfach nachvollziehbar zu unterscheiden, ob es eine Schubbewegung ist, die eben sehr stark läuft oder eben eine dreiwellig oder wackelige Bewegung. Gleiches gilt natürlich für den Nasdaq, also da sind wir hier auf diesen Zwischentief jetzt angekommen, ich würde mich nicht wundern, wenn wir das Sommertief ebenfalls nochmal sehen und da wird dann das gleiche Spiel, wie wir eben gerade beim DAX und DAO besprochen haben, nochmal gespielt. So, im Nahkampf-Chart, 5-Minuten-Chart, wenn ich diese Bewegung vergleiche mit dieser Bewegung, habe ich noch keine besondere Motivation für die Kaufseite, das sieht so viel korrektiver aus, gegenüber das, Fortsetzung nach unten scheint im kurzfristigen Chart nach wie vor programmiert. Das ist nicht sicher, aber immer dran denken, warum sollte die schwache Seite, die, die einfach nur rumzuckelt hier, warum sollte die sich durchsetzen, gegenüber eine starke Bewegungsrichtung. Immer gucken, was ist die starke, was ist die entweder dreiwellige oder die mit den Kursüberschneidungen, das ist typischerweise die falsche Richtung und orientiert euch vorrangig in die starke Richtung, da liegt ihr in den meisten Fällen nicht ganz schlecht damit und es geht ja in Trendrichtungen im Moment durchaus nach unten. So, ich hoffe, dass euch das jetzt für den schnellen Überblick schon mal ausreicht. Mal gucken, mal schauen, ob ich hier in Bälde mal einen übergeordneten Ausblick mache, aber dafür ist es vielleicht erstmal sinnvoll abzuwarten, was der Kurs in diesem Umfeld macht, noch besser vielleicht, was der DAX in diesem Umfeld macht. Wenn wir da die erste Reaktion haben, vielleicht schon am Montag, da lohnt es sich wahrscheinlich dann ein übergeordnetes Update dann auch nochmal zu bringen. Ich werde euch auf jeden Fall versorgen, sobald ich da Informationen habe. Aber für den aktuellen Zeitraum, für den aktuellen Überblick habt ihr jetzt vielleicht so eine gewisse Orientierung, was ihr heute noch machen könnt für das große Bild. Bis dahin, haben wir ja schon gesprochen, für das große Bild ab hierher. Da sehen wir dann in Bälde, wenn wir die erste Reaktion hier der Marktteilnehmer haben, nachdem der Kurs so tief runtergekommen ist. Euch jetzt erstmal alles Gute, falls wir uns nicht mehr vorher sehen. Ein wunderschönes Wochenende und einen erfolgreichen Resthandelstag heute noch und für alle anderen natürlich ebenfalls viel Spaß noch an den Märkten.